... Musik ... Leider hat sich meine Webcam dazu entschlossen, das Videomaterial nicht zu speichern, deshalb hier nochmal ein kleines Unboxing, was ein bisschen improvisiert sein muss. Wir haben hier die Littlest Pet Shop Blind Bags, das sind kleine Blind Bags, mit Tierchen drin, die keine Namen haben, sondern nur Zahlen. Das hier ist das seltene Ding, das haben wir nicht drin, ich habe den Karton schon geöffnet. Was war drin? Zum einen ein kleines Booklet mit den Tierchen, relativ unspektakulär. Als zweifelst hatten wir ein unfassbar dickes und auch sehr, sehr qualitativ hochwertigem Papier im Gegensatz zum restlichen Krams, drucktes Warnungsportfolio, ja, beigepackt, dass man, ja, hier Choking Hazard erläuft, dass Kleinträder und kleine Kugeln vorhanden sind in diesem Blödsinn. Und dann der Hinweis darauf, dass es auch noch Multimedia-Machial gibt, dass man sich kaufen kann, iPhone-Apps etc. Wer will es nicht haben? Und dann eine Schlüsselanhängerkarte aus Pappe mit unserem Tierchen drauf. Unser Tierchen heißt Lips. Lippen, warum auch nicht? Und so sieht das Tierchen aus. Ja, eine absolute Ausgeburt der Hölle mit viel zu großem Kopf. Das Ding kann natürlich nicht stehen mit diesem Kopf. Ich habe es ein paar Mal ausprobiert. Es hat hier hinten am Schwanz, ich weiß nicht, ob man es sehen kann, so ein Tropfen, wo man es wahrscheinlich irgendwo feststecken kann. Leider erfährt man nirgendwo, wo man dieses Ding herbekommen soll. Kann den Kopf wegen, man kann ihn auch abmachen. Ich vermute, dass Hasbro diese Dinger in Japan nähe Fukushima produzieren lässt. Das würde die Wasserkopferkrankung vielleicht erklären. Was könnte man nur ansatzweise mit diesem Ding jetzt machen?